Heute werden wir sehen, wie Cartoon Cat, Siren Head, Brückenwurm und viele, viele weitere Monster aus Pappe gebaut werden. Bei 5000 Likes werde ich sie selber nachbauen. Oh mein Gott, Freunde, heute werden wir wohl die... Krass, das ist der Zugfresser, Leute, seht ihr das? Was? Der macht das irgendwie aus Pappe, aus Plastik und aus sonstigen, keine Ahnung welchen Materialen, ne? Und es geht direkt schon los, dass er jetzt anfängt, das Ganze auch sogar jetzt hier, glaube ich, aus Pappe oder sogar Stücke. Repor, Leute, oder Kunststoff? Ne, es ist der Repor. Oh mein Gott, Freunde, jetzt macht ihr anscheinend, glaube ich, den Siren Head gleich dahin ans Fenster oder so, ne? Guck mal, jetzt hier schon mal die Hand am Start, Leute. Oh, das ist richtig cool, ne? Und jetzt sind wir jetzt hier, aha, das ist, glaube ich, irgendein anderes Monster. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, welches Monster das sein soll. Ich bin mir gar nicht sicher, welches es ist. Könnte auch irgendwie sein, dass das, äh... Warte mal, ich sehe da gerade den Cartoon Dog, ne? Okay, jetzt wird hier anscheinend sogar, zack, Leute, schön hier dieses Ding gemacht. Und, ah, das soll das Monster sein. Das soll das Among Us Monster sein, Freunde. Und, oh, guck mal jetzt hier, wird auch noch schön was drauf gemalt. Ey, das ist halt richtig cool. Der macht halt so irgendwie eigene Monsterräume, Freunde. Und wir werden hier anscheinend noch richtig viele Monster sehen, deswegen bleibt dran. Die wollt ihr nicht verpassen. Hier ist sogar der Milchtütenmann, glaube ich, ne? Okay, jetzt haben wir hier sogar, äh, jetzt kommt hier Cartoon Dog anscheinend hin, Leute. Jetzt hier schön alles außen ran machen. Und, glaube ich, auch hier jetzt mal ganz kurz erstmal den Cartoon Dog erstmal richtig hier zusammenrichten. Ich weiß gar nicht, auf welchem Material das Ganze gemacht wird. Das sieht irgendwie ein bisschen klebrig aus, oder? Aber das glaubt ihr. Guck mal, das ist schon mal Cartoon Dog. Und jetzt kommt sogar Cartoon Cat. Und, Leute, der Smile Room, Leute, was? Guck mal, mit den Zähnen dann da? Ja, wenn man da quasi reingeht, wird man ja so aufgegessen, Leute. Ey, das ist auch einer der krassesten Monster, ne? Genau, das Smile Room. Und hier ist jetzt, glaube ich, was wird das jetzt hier für ein Monster sein? Bin ich sogar gar nicht so sicher, ne? Oh, das ist auch irgend so ein krasses SCP-Monster, glaube ich, ne? Und hier, Leute, habt ihr gerade gesehen, das Cartoon Cat, die dann einfach hier anscheinend in diesem Raum jetzt chillt und dann auch so raufgesetzt wird, ne? Ey, was für ein krasser Raum, Freunde. Einmal Cartoon Dog und viele, viele andere Monster, die man hier sehen kann. Jetzt hier gibt es anscheinend sogar eine zweite Etage. Oh, mein Gott, und wer wird jetzt hier? Da, das Monster, Leute. Was denn das für ein Monster? Und, oh, hier der Brückenwurm, Freunde. Hier wird jetzt sogar der Brückenwurm rangemacht, der jetzt irgendwie anscheinend hier aus diesem Fenster oder so rausguckt. Ey, wie krass sieht denn das bitte schon aus? Guck mal, jetzt hier mit dem, mit den Zähnen und so, ne? Mit den Augen, Leute. Boah, das sieht mir echt auf jeden Fall nicht geheuer aus, muss ich sagen. Jetzt, guck mal hier. Der guckt nach oben und nach unten. Ey, der Brückenwurm sieht so heftig aus, Leute. Das ist echt nicht mehr normal. So, jetzt geht es hier weiter mit einem... Oh, warte mal, ist es dann... Ist es Pappe oder ist es Styropor? Ich glaube, es ist Pappe, oder? Oh Gott, jetzt ist hier dieses Monster und wird wahrscheinlich gleich vom, von dem Monster, äh, aufgegessen, Freunde. Ei, ei, ei. Und hier die Ex-Rouch, Leute. In mini, mini klein. Was? Wie viele coole Monster sind denn da bitte schon hier zu sehen? Okay, jetzt wird anscheinend auch gerade das Monster gemacht, was hier gerade gezeigt wurde. Jetzt wird das hier schon hingesetzt. Jetzt kommen die Augen wieder ran. Der Mund auf jeden Fall. Und dann... Oh Gott, jetzt wird hier alles schon aufgesetzt, Leute. So, und dann... Oh, kommt hier der Siren Head. Oh mein Gott. Ey, das war so krass, ne? Ey, Freunde, ich muss auf jeden Fall ein... Abo da lassen. Also abonniert gerne den Kanal, wenn ihr von solchen Sachen noch mehr sehen wollt. Es wird anscheinend dann noch richtig, richtig krass, was hier gleich noch alles für Monster kommen. Ja, guck mal, jetzt zeigen wir jetzt hier... Uaaaaaah... Durchs Fenster durch. Und oh, oh, nun kommt ein kleiner Zugfresser, Leute. Was? Ein kleiner Zugfresser. Und guckt euch mal bitte schon dieses Haus an. Das sah auf jeden Fall gerade schon richtig krass aus. Einfach mit dem Brückenwurm und sonstige Sachen, Leute. Das ist auf jeden Fall echt ein krasses Haus gerade, ne? Aber guck mal. Es hat sogar anscheinend auch noch einen Garten. Oh mein Gott. Und am Garten... Was ist das hier für ein Monster? Das ist, glaube ich, hier... Warte mal, was? Ist das Cartoon Red, Leute? Hä? Wer soll... Oh Gott, jetzt haben wir Cartoon Cat, Cartoon Dog. Und außen ist einfach Cartoon... Äh, Dingens, glaube ich. Und oh, wer ist das denn jetzt hier? Kleiner Mann, Leute. Mit der Blume. Sieht auch richtig böse aus, ne? Okay, jetzt hier... Wird jetzt auch noch ein Monster drauf gemacht. Ey, hier sind auch echt viele Monster, die ich selber gar nicht kenne, ne? Das ist, glaube ich, so. Soll das Piggy sein, ne, ne? Ich meine, Piggy ist zwar ein Schwein, aber... Glaubt ihr, Leute? Das soll Piggy werden? Aber es ist schon krass, wie... Wie das so alles macht. Aber es ist, glaube ich, keine Knete oder so, was er da hat, ne? Das sieht aber schon... Oh Gott, der sieht richtig dreckig aus, Leute. Der kommt auch gerade aus der Mülltonne raus, ne? Und jetzt haben wir hier... Oh mein Gott! Was ist denn das für ein kleines... So ein kleines Blumenmonster? Und wer ist da im Whirlpool drin, Leute? Wer ist da im Whirlpool jetzt drin? Und zwar hier... Dieses Ding jetzt hier, dieses Alien-Teil. Ah, ne, Kermit, der Frog, Leute. Frogge. Ist das hier, glaube ich, gerade in dem Pool drin. Frogge einfach. Ey, Leute, was? Und der hat anscheinend jetzt hier gerade... Oh Gott, der Rasenmäher. Was ist mit dem Rasenmäher? Und jetzt hier... Das ist auch dieses eine Monster, Leute. Was wir gesehen haben in dem Knet-Video. Das Pferd einfach den Rasenmäher, Freunde. Genau, jetzt kommt hier nämlich das Raub mit den Augen. Ja, Mann. Das ist auch ein echt richtig, richtig krasses Monster. Sieht echt richtig heftig aus. Okay, jetzt haben wir hier Cartoon-Cat außen. Aha. Das heißt, das Haus wird außen noch weiter gebaut. Also im Grunde sind nachher alle Monster in einem Haus drin. Oder was? Kommt jetzt hier, kommt die Badewanne. Und jetzt haben wir, glaube ich, schon wieder die... Ist das hier die Ektroach, Leute? Ne, oder? Ne, das ist jetzt hier so ein anderes Monster. Oh Gott, welches Gesicht kommt jetzt hier rauf? Ich weiß gerade gar nicht, was das für ein Monster ist, Leute. Jetzt kommt hier der Kopf rauf. Und es ist einfach mit einem Hut. Und eine Pistole. Was? Oder ist das... Warte mal. Schleim? Oh Gott. Oh, das liegt da einfach im Schleimbad. Ey, das sieht so krass aus, ne? Oh Gott, wer ist das hier im Kühlschrank, Leute? Oh, das Monster kenne ich, glaube ich, auch. Genau, es gibt hier diese Zähne. Sieht auf jeden Fall auch echt richtig, richtig gruselig aus, Freunde. Auch hier mit den Keksen und so drin. Was? Das sieht echt richtig krass aus, Leute. Oh, ja, ja. Und guck mal hier. Ein kleines Happy Meal sogar. Was? Ein kleines Happy Meal-Monster. Jetzt hier, guck mal. Jetzt gehört der Oktopus schön die Augen rauf. Und jetzt auch hier den Hut, Leute. Also auf damit hier. Auf dieses Teil jetzt hier. Und oh Gott, mit dem Löffel. Das sieht er richtig... Oh, guck mal. Es nutzen irgendwie alle immer diese silbernen Kugeln. Das ist auf jeden Fall aus Knete. Das muss auf jeden Fall aus Knete sein. Jetzt ist das hier irgendwie... Was ist das denn, Leute? Sieht auf jeden Fall echt ein bisschen gruselig aus. Oh Gott. Da kommen wohl noch mehr Monster, Freunde. Guck mal jetzt hier. Haben wir jetzt hier Cartoon-Couch, Leute. Ich glaube, jetzt ist hier einfach die Cartoon-Couch gerade am Start, ne? Ey, die sieht ja so krass aus, Leute. Einfach Cartoon-Cat oder Cartoon-Doc. Einfach in richtig groß, ne? Und oh! Was hast du mit der Hand? Ist das von Sonic, Leute? Ne, ist das von dem Ding. Okay, jetzt kommt hier sogar Mülleimer hin. Mal gucken, wer in dem... Ah, das ist ein Mülleimer-Monster sogar, Leute. Oh mein Gott. Fürs Smile-Room. Aber einfach in einer Mülltonne. Und da kommen jetzt einfach so kleine Sachen rein, wie zum Beispiel... Ne Nintendo Switch. Das Milch-Monster. Und hier, glaube ich, so eine Bananen... Oh! Der Brückenwurm nochmal in ganz klein gemacht, ne, Leute? Der ganz, ganz kleine Brückenwurm. Und jetzt haben wir hier anscheinend... Was ist das jetzt hier, Leute? Das sieht irgendwie auch ganz krass aus. Oh. Oh ja, was kommt jetzt hier hin? Oh mein Gott. Einfach Siren Head in mega, mega flach. Ach, der weiße Siren Head. Okay, jetzt kommt hier anscheinend der weiße Siren Head hin, Leute. Der wird auf jeden Fall, glaube ich, auch richtig, richtig heftig aussehen, ne? Oh Gott. Guckt euch mal wirklich schon an, wie voll dieses Haus ist. Und jetzt kommen einfach noch mehr Sachen dazu. Und zwar hier der Megahorn, Freunde, von Siren Head. Guck mal, mit so kleinen Gebissen. Und jetzt ist das große Gebiss auf jeden Fall. Der Megahorn einfach am Start, Leute. Was? Und jetzt haben wir... Oh Gott. Oh Gott. Was kommt jetzt hier noch? Oh, guckt euch das hier an. Was, Leute? Cartoon Cat? Oh, jetzt ist es schon wieder aber in weiß, ne? Also das weiße Cartoon Cat. Sieht, glaube ich, auch richtig, richtig heftig gruselig aus. Guck mal, jetzt hier. Rainer mit unten ins Auto, Freunde. Ey, auch. Guck mal, dann fährt es einfach hier rum. Hä? Hä? Oh Gott, jetzt ist es mal hier ein Foto gemacht, Leute. Ganz viele Fotos von diesen Monstern. War auf jeden Fall auch gerade Hagiwagi, Leute. Habe ich gerade genau gesehen, wie Hagiwagi und Spongebot und Exe. Und jetzt ist hier, Leute, Thomas von Exe. Oh mein Gott, der spinnt Thomas von Exe, Freunde. Jetzt hier, er kriegt auch böse. Oh, jetzt hier auch die Augen und sowas. Und dann, oh mein Gott, Leute. Ich glaube, es sieht, ja, und jetzt hier das Ding da, das sieht ja richtig krass aus. Und jetzt hier, guck mal, das Ding jetzt hier ran. Cartoon Dog und Leute, da haben wir auf jeden Fall alles mögliche gesehen. Von den krassesten Monstern. Wenn ihr von diesen Monstern auf jeden Fall noch mehr erzählen möchtet, lasst euch auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir die bei mir so aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao. Und es ist einfach mit einem Hut. Und eine Pistole.